Ja, nun sind wir hier in den benannten Fullbettstollen, auch Mundloch des sogenannten Deleustunnels genannt, Deleustunnels. Wir machen eine schöne Besicht über den See. Da war ich eben an der Abtrei. Dann geht es darüber zu den Moffetten und das ist jetzt hier die Seite, die Südwestseite des Sees. Das ist der Stollen, der hier herausführt und der noch viel weiter geht, sogar noch weiter westlich über die bzw. unter die A61 durch, da damals zur Absenkung des Sees und zur Landwirtschaftsgewinnung diente. Schon wie beschrieben mittels 19. Jahrhunderts zur Absenkung des Seespiegels. Ursprünglich reicht der See bis nah an die Abtei heran. Bei hohen Wasserständen soll er bis zu 15 Meter über den heutigen Seespiegel angestiegen sein. Zum Schutz der Krypta vor Hochwasser und zur Landgewinnung ließ schon der zweite Abt des Klosters Fullbett, vermutlich um das Jahr 1164, einen etwa 880 Meter langen Abzugsstollen durch die südlichen Randberge des Lacher Beckens graben. Man spricht deshalb vom Fullbettstollen. Der Stollenbau begann damit, dass von der Oberfläche her im Abstand von ca. 30 bis 50 Schächte bis auf das angestrebte Stollen-Niveau ausgehoben wurden. Am Fuß der Schächte wurden jeweils nach beiden Seiten Teilstollen gegraben, die aufeinander trafen und somit einen 880 Meter langen durchgehigen Abzugsstollen bildeten. Hier ist das Lenksprofil und der Grundriss der beiden Tunnel am Lacher See. Wie gesagt, es gibt dann noch einen alten, dann später den neueren gegrabenen. Der alte sollte schon ziemlich verfallen sein. Da sieht man auch das geringe Gefälle 0,8 und 1,2 Promille. Ja, der Fullbettstollen ist halt eben der alte. Und der andere, der jetzt so ein Tag, das ist der Tunnel von 1844. Der alte Fullbettstollen. So, dann gehen wir mal hier runter an das sogenannte Mundlauch, das Stelios Tunnels, wo der Sturm bekennt, der Schacht, der Überlaubschacht. Hier sieht man auch, es läuft. Da kommt sogar noch ein kleines Bäschlein her. Das ist dann hier der Überlaubschacht und sehe, das fließt auch. Höher Wasserstand durch die vielen Regenfälle und dann fließt es hier in den Stollen. Guck mal, ob ich da ein Ding jetzt hineinkomme. So. 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 Das dann da aus. Und da geht es dann tief hinein. Da kann man das Wasser fließen sehen. Es ist also intakt, nach wie vor. Ja. So. 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 Soprisch. So. Untertitelung des ZDF, 2020